Der 2. Februar, also Maria Lichtmess und somit das offizielle Ende der Weihnachtszeit, steht kurz bevor. Das heißt, die letzten von uns räumen bald ihre Christbäume weg, wenn sie es nicht schon längst getan haben. So wie jedes Jahr sind mir auch heuer wieder viele halb abgebrannte Christbäumkerzen übrig geblieben. Da ich gerollte Bienenwachskerzen verwendet habe, war es mir zu schade, die Kerzenreste einfach wegzuwerfen. Deswegen habe ich beschlossen, die alten Kerzenreste wieder zu verwerten und eine schöne neue Bienenwachskerze daraus zu machen. Und das geht auch ganz schnell und einfach. Als erstes wiege ich meine Wachsreste ab, um zu sehen, wie groß das Glas sein soll, in das ich das Wachs später gieße. Ich vermute, es sind so um die 50 Gramm, aber es ist immer besser auf Nummer sicher zu gehen, da die Wachsreste meiner Erfahrung nach immer etwas mehr ausschauen, als sie im geschmolzenen Zustand dann sind. In meinem Fall wiegen die Wachsreste gut 47 Gramm, ich habe also gar nicht so schlecht geschätzt. Das passt auch perfekt, denn ich habe ein altes 50 Gramm Marmeladenglas, das ich gern weiterverarbeiten möchte. Als nächstes brauche ich einen Kerzendocht. Ich habe hier ein Stück gewachsten Kerzendocht, das mir einmal beim Kerzengießen übergeblieben ist. Dann brauchen wir noch eine Kluppe, um den Docht im Glas zu fixieren. Jetzt bereite ich die Kerzenreste für das Einschmelzen vor. Wie ihr seht, sind die Kerzen zu hart, um sie aufzuschneiden und den Docht zu entfernen. Deswegen schneide ich nur die russigen Dochtspitzen ab, bevor ich die Kerzen einschmelze, damit das Wachs beim Schmelzen nicht verunreinigt wird. Der Docht wird dann einfach später entfernt. Wenn ich mit dem Reinigen der Wachsreste fertig bin, gebe ich sie in einen Topf oder ein anderes hitzefestes Gefäß, um sie dann später zu schmelzen. Bevor ich das mache, bereite ich noch schnell das Glas vor. Dafür brauche ich jetzt Docht und Kluppe. Der Docht wird möglichst gerade in die Mitte des Glases gestellt und mit der Kluppe gut fixiert. Die Wachsreste schmelze ich dann langsam auf niedriger Hitze auf dem Herd. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dass euch nichts anbrennt, könnt ihr den Topf mit den Kerzenresten auch im Wasserbad schmelzen. Bei dieser kleinen Menge an Wachs geht es recht schnell und die Kerzenreste sollten in ein paar Minuten geschmolzen sein. Zum Umrühren verwende ich einen Holzspieß, um nicht unnötig Küchenutensilien anzupatzen, da das erkaltete Wachs recht schwer zu entfernen ist. Jetzt sieht man, dass sich der alte Docht langsam löst. Die Dochtreste hole ich jetzt einfach einzeln aus dem Wachs, aber Vorsicht, verbrennt euch dabei nicht. So, und nachdem ich jetzt alle Dochtreste entfernt habe und das Wachs vollständig geschmolzen ist, kann ich es jetzt in das Marmeladenglas einfüllen. Fast fertig, jetzt muss ich nur noch warten, bis das Wachs wieder ausgehärtet ist. In der Zwischenzeit ein Tipp zum Reinigen des Gefäßes, indem ihr das Wachs geschmolzen habt. Bienenwachs lässt sich meiner Erfahrung nach nur recht schwer entfernen. Es ist nicht unmöglich, aber es ist mühsam. Deswegen gebe ich in den Topf zum Wachsrest einen Schutz Öl, also zum Beispiel Sonnenblumenöl, solange das Wachs noch flüssig ist und vermische Öl und Wachsrest. Dadurch wird das Wachs, auch wenn es erkaltet ist, nicht mehr so hart und lässt sich leichter mit einem Küchentuch abwischen. Zurück zur Kerze. Man sieht, das Wachs wird schon heller, es kühlt also schon aus und wird fester. Wenn die Kerze komplett ausgekühlt und ausgehärtet ist, muss man dann nur noch den Docht auf die gewünschte Länge abschneiden und fertig ist die Kerze aus recycelten Wachsresten. Ich schneide den Docht meistens auf ungefähr die Länge von 1 bis 1,5 cm zu. Eine hübsche, selbstgemachte Bienenwachskerze, die nichts gekostet hat und ausschaut wie neu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017